Damit nicht der ganze Raum in den Fahrten des Bodens erscheint, reduziert der Trainer in diesem Film die Global Illumination explizit nur für dieses Material. So, jetzt haben wir die Berechnung unseres Bildes und das sieht eigentlich soweit sehr freundlich aus. Und der Boden macht eigentlich auch einen ganz netten Eindruck, vielleicht immer noch etwas zu viel Bump an dieser Stelle. Was mich allerdings ein bisschen stört, ist der Effekt, den die Abstrahlung des gelben Lichtes vom Fußboden auf die Decke macht. Das Ganze sieht jetzt hier fast gelb angestrichen aus oder so leicht getönt. Und das wäre ein Effekt, der jetzt für uns nicht so interessant wäre. Wir wollen da lieber ein reines Weiß haben. Und das Problem können wir noch lösen, indem wir nochmal in die Materialeinstellung unseres Materials gehen. Und das Parkett aufrufen und hier auf den Reiter Illumination gehen. Dort gibt es den Punkt GI generieren, den hatten wir schon bei verschiedenen Materialien ausgeschaltet. Das wollen wir natürlich nicht, also es soll weiterhin GI generiert werden. Aber die Sättigung, die standardmäßig auf 100% steht, die wollen wir herunter haben. Und zwar nehme ich hier mal einen kleinen Wert wie 20%. Also es soll jetzt nicht die ganze Decke eingefärbt werden, sondern wirklich nur vielleicht der nähere Bereich hier an der Wand, aber halt nicht der gesamte Raum. So, wir probieren das jetzt gleich nochmal aus. So, nachdem wir hier durchgelaufen sind, sehen wir eigentlich sehr schön den Effekt, der das Heruntersetzen der generierten Sättigung hier erzeugt hat. Wir haben jetzt hier eigentlich einen sauberen, sehr weißen Raum, der so den Erwartungen entspricht, wenn man von einem weißen Raum redet. Das wäre jetzt soweit bis hierhin unsere Arbeit an diesem Innenraum. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein paar Anregungen geben können, wie man sich in Cinema schnell ein paar Teile bauen kann, die den scheinbaren Detaillierungsgrad in der Szene deutlich erhöhen und somit mehr der Erwartungshaltung beim Betrachten eines Bildes entsprechen.